Der Herbst ist da und es ist Zeit, Ihren Gemüsegarten für den Winter vorzubereiten. In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihren Garten durch sorgfältige Pflege und Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit optimal vorbereiten können. So legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Ernte im nächsten Jahr. Schritt 1. Aufräumen und Pflanzenreste entfernen Beginnen Sie damit, alle toten oder sterbenden Pflanzen zu entfernen. Diese können Krankheiten oder Schädlinge beherbergen, die überwintern und Ihre Pflanzen im nächsten Jahr schädigen könnten. Entfernen Sie alle Pflanzenreste und kompostieren Sie gesundes Material. Achten Sie darauf, erkranktes Material nicht zu kompostieren, um die Verbreitung von Krankheitserregern zu vermeiden. Falls Sie Pflanzen wie Tomaten oder Kartoffeln hatten, die anfällig für bestimmte Krankheiten sind, sollten Sie diese Reste gesondert entsorgen. Prüfen Sie den Garten sorgfältig auf Unkraut und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es sich im nächsten Jahr ausbreitet. Schritt 2. Bodenbearbeitung und Düngung Nachdem Sie den Garten aufgeräumt haben, lockern Sie den Boden mit einer Gabel oder einem Spaten. Dies verbessert die Drainage und belüftet den Boden. Es ist auch eine gute Zeit, organische Materialien wie Kompost oder gut verrotteten Mist einzuarbeiten. Diese Materialien reichern den Boden mit Nährstoffen an und verbessern seine Struktur. Schritt 3. Mulchen Mulchen ist ein wesentlicher Schritt, um den Boden vor Erosion zu schützen und Feuchtigkeit zu bewahren. Eine Schicht organisches Mulchmaterial wie Stroh, gehäckselte Blätter oder Rindenmulch sollte gleichmäßig über den Boden verteilt werden. Dieser Schutz hilft dabei, die Temperatur des Bodens zu regulieren, Unkrautwachstum zu unterdrücken und den Lebensraum für nützliche Mikroorganismen zu erhalten. Für Beete, in denen Knollen oder Wurzelgemüse wie Karotten oder rote Beete überwintern, ist eine dickere Mulchschicht besonders vorteilhaft, um sie vor dem Durchfrieren zu schützen. Vergessen Sie nicht, auch die Bereiche um winterharte Stauden und mehrjährige Kräuter zu mulchen. Schritt 4. Schutz für winterharte Pflanzen Einige Gemüsearten wie Rosenkohl, Grünkohl oder Winterporee sind winterhart und können im Garten bleiben. Bedecken Sie diese Pflanzen mit einer Schicht Stroh oder einem speziellen Pflanzenvlies, um sie vor Frost zu schützen. Diese Schicht hilft, die Pflanzen vor extremen Temperaturen zu schützen und fördert das Wachstum im Frühjahr. Denken Sie daran, dass einige Pflanzen wie Grünkohl durch leichten Frost sogar an Geschmack gewinnen können. Schritt 5. Planung für das nächste Jahr Nutzen Sie die ruhigere Winterzeit, um über die nächste Saison nachzudenken. Analysieren Sie, welche Pflanzen gut gewachsen sind und welche weniger erfolgreich waren. Planen Sie Ihren Garten für das nächste Jahr unter Berücksichtigung von Fruchtfolge und Mischkultur, um den Boden gesund zu halten und Schädlinge sowie Krankheiten zu minimieren. Überlegen Sie sich auch, neue Gemüsesorten auszuprobieren oder die Anbaufläche zu verändern. Notieren Sie Ihre Erfahrungen und Planungen in einem Gartentagebuch, um wertvolle Erkenntnisse für die kommenden Jahre festzuhalten. Die Vorbereitung Ihres Gemüsegartens auf den Winter ist eine wichtige Investition in die Zukunft. Indem Sie diese Schritte befolgen, schützen Sie nicht nur Ihre Pflanzen und verbessern die Bodenqualität, sondern legen auch den Grundstein für eine ertragreiche und erfolgreiche nächste Saison. Denken Sie daran, dass jeder Garten einzigartig ist und sich ihre Techniken und Methoden mit der Zeit weiterentwickeln werden. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche Fehler deinen Garten über den Winter zerstören können, dann schau dir noch dieses Video an.